Eine 7-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin. 1999 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, einen Keller sowie 34 Parkplätze. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, eine Einbauküche, eine Einbauküche, eine Einbauküche, eine Einbauküche, eine Einbauküche. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 217 m². Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 3.465 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.